Die Ritzelruhe, Ronkelräuber, Robmaschinen, die an der Highway, Stitten, Altsch, die haben wir jetzt vertont und hier werden sie gebraucht. Die Sonne schien vom Himmel und der Himmel der war blau. Ich fuhr mit Bäumen ganz Bagage wohl in die Wettraue. Ein Bauern war am Schaffen mit einem Riesenapparat. Ich fragte ihm, was Mächste gab und er hat uns gesagt. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rob, die Räuber raus. Die Rob, die Räuber raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rob, die Räuber raus. Und wann sie all gerockt sind, ist es Räuberopferhaus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rob, die Räuber raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Und wann sie all gerockt sind, ist es Räuberopferhaus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Und wann sie all gerockt sind, ist es Räuberopferhaus. Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Und wenn sie all gerockt sind, ist es Räuberopferhaus. Die Rundelruhe, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe raus, die Rundelruhe raus. Die Rundelruhe raus, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Und wann sie all gerockt sind, ist es Räuberopferhaus. Die Rundelruhe raus, Robmaschinen, die Rundelruhe raus. Männer an die Kanone. So, hören wir doch mal zu. Einen Salud. Auf geht's. So, und jetzt. Jawohl. Und natürlich auch von der linken Seite. So, und jetzt haben wir alle, weil's uns so gut gefallen hat. Tempo 1. Tempo 2. Und Tempo 3. Jawohl. Und 4. So, ihr habt also das Haus so richtig in Stimmung gebracht. Jetzt kommt doch mal zu mir her. Seid so nett. Zugabe! So, die Zugabe. Zugabe! 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 für euch und dann natürlich auch den Orten Adam und die Miggis, der Dieter Adam. So, und sie sind, seid doch mal ein Augenblick ruhig, ein klarer bisschen. So, Leute, was wollen wir jetzt? Was wollen wir machen? Wollen wir abbrechen? Wollen wir haben wir? Oder wie sieht's aus? So, seid so nett. Ich wusste, dass das der zündende Funke ist. Jetzt darf ich noch mal sagen, wer es ist. Adam und die Miggis, sie kommen von Mainhausen. Dieter Adam ist ihren Gott. So, und ihr drei seid in bester Erinnerung mit unserer Kawelle und Auszug, bitte. So, und jetzt hätte ich natürlich... Leute, das hat doch ganz recht. Das hat ganz recht. Nee, das geht also. Wett euch deshalb noch so gut gefällt. Nur, es geht nicht. Das wisst ihr doch. Wir können doch nicht bis heute, acht um halb zwei, die Rund...